VFR-TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Die Mannschaft hat es heute auf jeden Fall belohnt mit der Leidenschaft, die wir gespielt haben, mit dem Kampfgeist, den wir heute am Tag gelegt haben. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein verdienter 1-0-7. Ja, wir haben von Anfang an im Kämpfer wieder schon Kampf und Leidenschaft auf den Platz gebracht und das hat uns der Trainer von Anfang an gesagt, wenn wir das auf den Platz bringen, werden wir heute auch als Sieger auf den Platz gehen und deswegen bin ich überglücklich, dass es geklappt hat. Jetzt müssen wir gegen Lotte nachlegen und haben wir das super Spiel und für die Zukunft hoffen wir, dass wir über den Stuttgart bleiben. Wir haben jetzt fünf Spiele hintereinander nicht verloren, wie man sieht, wie man heute gespielt hat, die Mannschaft, alles reingehauen und dann kann man nur sagen, klar, glaubt die Mannschaft daran und wir versuchen alles, jetzt ein Dreier zu Hause gegen Lotte zu holen. Ich glaube, besseres Gefühl kann man sich gar nicht vorstellen als Fußballer, hier 80, 85 Minuten zu rattern und danach vor der Däne ihrer Kurve das Tod zu machen. Besser geht's. VFR-TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.